Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skype-Lock mit dem lieben Philipp wieder und er ist ja unten schon wieder rumdingsen, ja, ähm, ich brauchts erstmal, wir wollen, haben wir hier die Monster-Fahrt fertig gemacht, aber wir haben festgestellt, dass das, ähm, irgendwie schön aussieht. Und dass wir das noch perfektionieren müssen. Ja. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht wieder anfängt zu lecken, Alter, weil wenn das das tut, dann richtig. Also, du kannst ja mal zeigen, die mancher Falle funktioniert richtig gut. Hm, die ist extrem geil. Extrem, extrem. So, dann tue ich mal den Stein hier aus Rumweg. Ah, ich hab auch noch einen. Also, was heißt Stein? Auch den inneren Stein. Weil bei mir lebt, ist das so hässlich. Wie schnell ist denn die gestorben? Was ist mit denen los? Hast du die grad geschlagen? Nö, da ist mein, ähm, Ding explodiert. Äh, mach mal den, ja, mach mal den Rand weg. Weil es läuft mega gut. Mega, mega. Ich weiß nicht, wenn wir die Platten auch wegmachen, weil ich meine, es ist besser so zu schlagen. Oder, ich weiß nicht, tu mal die Platten hinmachen. Tu mal die Platten hin. Ich weiß halt nicht, weil so trifft man halt keinen Mob. Da muss man immer nur auf die Füße schlagen. Äh, so tust du's perfekt. Ja, auf die Füße, aber die Spinnen hängen meistens da oben rum. Da. Warte, halt nicht. Ja, das Problem ist, sonst kommen wir auch nicht hier rein, da hinten. Ja, hier. Obwohl, wir können ja hier so ein Podest machen. Warte, jetzt. Na, jetzt, wenn wir gucken können, wie es ist. Ich hab ne Schallplatte. Hä, lol. Können wir nur rum. Was passiert, wenn ein Skelett einen Creeper tötet? Okay, warte. Hä, ich komm nicht rein. Achso, jetzt. Rennen! Na, mein Spezialwässer Marsch. Mach mal das jetzt noch. Ja, mein ist auch schon kaputt. Die, die Hälften da auch. Ich glaub, so ist wirklich wer. So. Ich möchte mal wissen, wie es von da oben aussieht. Ich von da oben. Na, wie du die gebaut hast. Ähm, du brauchst halt, ähm, hast du Half-Slaps noch, weil... Äh, 10. Okay, ähm, hast du ne Steinsstuhlzacke? Okay. Okay, weil das sollst du vielleicht nehmen. Weil, damit du, dann gebe ich dir gleich Holz, da kannst du dich dann hochbauen. Nein, ich wollte ja jetzt noch nicht machen. Oh, tschüss. Oh, man, anders. Ja, wir brauchen unbedingt Erde halt. Das ist so behindert, das ist so behindert, das ist so ewig, bis hier das alles, alles wächst. Okay, warte, ähm, ich wollte, fucken. Alle, die mal ganz gewachsen sind. Bei mir leckte ich schon, wie das richtig behindert. Oha. Mit deinem PC. Ich vermute, es liegt am PC, weil da kommt immer die Meldung, Minecraft, ähm, out of memory. Und das heißt ja nicht, dass es irgendwas mit dem Internet zu tun und das hat ja was mit dem PC zu tun. Aber normalerweise hat das noch nie so geleckt. Das ist richtig, richtig komisch. Neck. Alter. Warte, was über dein PC kauf? Naaah! Weil du willst ja einen neuen PC kaufen irgendwann mal. Ja. Das heißt, was heißt kaufen? Ja, indirekt kaufen. Oha, über alle weh, die alle weggefetzt hat. Das heißt, dass wir die Scheiße machen. Hat zugeworfen. Ich hab's immer nicht. Doch. Guck, wenn sie nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Boah, aller, wie viele. Ah, ich weiß, dass wir wollen können, den Kakaobohnen fahren. Ja, ich weiß, das hab ich mir auch schon gedacht. Ich hab's auch schon angefangen, aber hab's wieder abgebaut, weil wir da auch das in Offline waren. Oha, ich hab's noch schnell spät, noch was drüber ausfugt. Ne, ich hab die Fackel nicht. Hä, die müssen dann aber da noch liegen. Oh, da ist die 3-Fact explodiert. Ich brauch was zu fressen, Alter. Ja, ich hab zwei Sticks, Melonen und 30. Ich hab sogar drei. 3 und 7 Melonen. Hier. Wir sind in meinem Fall. Da nehme ich auch mein Stärke-3-Bogen. Warte, ich hab'n Bogen, der ist Stärke-2. Warte mal, was ist eigentlich, wenn ich... den? Den? Oh, schau, da krieg ich keinen verzauerten Bogen raus, aber... ich hab' viele Bögen. Wird dein Stärke-3-Bogen so lang benutzen, bis er kaputt ist? Ich hab' nur Stärke-2-Bogen. Äh, du kannst ja mal den Dschungelbaum abpflanzen. Warte mal, ich muss hier kurz was essen. Ich hab' nur noch ein Leben. So. Ah. Ich hab' nicht schön großzügig hier... ...fackeln verteilen. Ich schütze dich. Oh. Also lieb. Oh. Ich hab' nur noch ein Leben. Jetzt ist es knapp. Ey, wieso lässt du dich mal rengen? So leeg das. Oh, ich hab' eine Kartoffel. Ja, die spinnen, greifen mich jetzt an, weil der Creep explodiert ist. Leider da. Oh, ich hab' keinen mehr. So. Warte mal, ich versuche noch mal was. Ich versuche jetzt noch mal den Task Manager öffnen. Ich versuche noch mal Minecraft zu boosten, aber... ...das frickt irgendwie gar nichts, hab' ich so festgestellt. Aber ich mach's jetzt einfach noch mal so. Hey, George. So. Ähm, ich muss überlegen, wo am besten die Kauform hinkommt, aber ich glaub' hier ist am besten. Mach hier mal zu. Obwohl, nee. Ich find' hier ist am besten... Oh, das leckt übelst. Guck mal, hier unten ist ein Hund. Äh, willst du dann vielleicht einen Dschungelbaum abpflanzen? Ja, kann ich mal machen, warte mal kurz. Alter. Aber was ist die Setzlinge nicht? Alter, wie viele da drin sind? Einmal mal reinschnetzeln. Ach, keinem, wie man Sand verkauft. Kauf jemand Sand. Bragezeichen. Reinschnetzeln. Alter, ist das geil. Ich hab' glaub' keinen Sand mehr. Nee, scheint nicht so. Oh, fuck, 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 fuck. Wir haben ja drei Wolle. Da können wir ja doch endlich mal ein Bett bauen. Weil dann haben wir alles, was man für die eigentliche Challenge braucht. Wir brauchen noch Bücherregal. Ernsthaft? Oh, Hammer. Wir haben noch Leder, oder hast du daraus was gemacht? Nee, das haben wir noch den einen Tipp verkauft. Aber Leder kriegen wir durch Kabel, dann muss ich halt was so opfern. Warte, für Bücherregal brauchen wir mal wie viel Leder. Oh, 36, 39 Leder brauchen wir. Alter, da spackt schon wiederum, warte ich geh runter, ich tue halt echt mal den Baum fällen. Ein Leder, das heißt, wir brauchen neun Stacks Korbel. Nee. Alter. Alter. Boah, das geht gar nicht, wie das Rummel legtelt. Okay, Leute, hier sind wir wieder zurück. Und ich hoffe es mal, dass es jetzt nicht so leckt. Ich hab' jetzt einfach mal... So, Leute, jetzt sind wir wieder zurück. Ups, jetzt hab' ich auch noch nicht gedrückt. So, jetzt sind wir zurück. Ich hab' grad' auf Aufnahme bei Dexory nicht gedrückt, ich spasse, es ist egal. Das Audio-Kritte, weil ich überleben. Auf jeden Fall, ich hab' mal... Ach, du! Kacke! Film, die Unterfälle ist überproduktiv. Die ist richtig überproduktiv. Ich komme her! Oh, ich krieg gar nichts ab. Ich bin bei 25. 24. 26. Alter. Ja, das ist geil. Ich baue jetzt direkt unter ihr. Das ist auch so. Ich baue, ich baue jetzt direkt unter ihr. Dies mega. Die spawnen, ja, auch wenn man nicht in der Nähe ist, oder? Ja, keine Spawner. Ja, klar, die sind da oben. Hallo! Oh, ich hab' grad' toll, mein Minecraft ist auch grad' müssen laggy. Ich hab' grad' müssen laggy. Hm, warte. So. Boah, respekt. Boah, es lag' nicht. Ernsthaft? Das ist richtig gut? Es lag' nicht? Hm, ja. Ich hab' Eier. Die werfe ich jetzt. Du hast Eier. Du hast Eier. Dschungelbaum, da gefällt. Dschungelbaum. 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 Hazard und Dschungelbaum und Dschungelbaum. 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 Dort lastelbaum. Dschungelbaum. Dies gut, dass du dich beschwachten kannst. dann schlendern jetzt da krebi das ist da krebi 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 okay gut so und dann machen wir mal was super interessantes und es liegt immer noch das kommt ja okay gut das liegt wahrscheinlich jetzt einmal mit PC jetzt ich weiß ich habe schon gesagt nur wobei ich mir das nicht erklären kann weil sie jetzt mal richtig gut gelaufen ist also hat Koppel haben Koppel ganz sicher gemacht das hat er dann kann ich mich nicht mehr gemacht ich bin aber nicht sicher ich meinte uns hätte jemand mal sehr klar gegeben also sagen wir mal wir haben es geschafft Kaktus Farmer haben wir bestimmt schon geschafft Zuckerrohr bestimmt auch schon Melonen haben wir schon Kürbis haben wir oh Gott haben wir Kürbis wir brauchen Pilzfarm was haben wir ich weiß nicht ich kann es mal machen wir brauchen die Pilzfarm hä? oh ich bin so blöd da muss es doch ja dann machen wir mal die Pilzfarm euch halt wieder Holz also machen im Sinne von bauen die Pilzfarm ja nicht so nolz ja nicht so nolz ich bin so nolz aber Truppenholz ich bin so nolz dabei das abzubauen ach so hey wie sieht scheiß aus hey also brauchst du unbedingt Eichenholz kann doch euer Truppenholz nehmen ja finde ich ja nicht findest du findest du oahle das geht gar nicht mehr so das geht gar nicht mehr genau ähm ich wollte ja vorhin sagen ich will ähm was was heißt später ähm wow also ich hoffe mal dass ich spätestens am nach dem 22.04. einen richtig guten PC hab denn da ist mein Geburtstag äh ja ähm was ja da hab ich Geburtstag am 22.04. es ist am 22.04. am Mittwoch das ist im Trainingslager leichter glücklich wo wir sind ach so ne der hat äh irgendwie fünfter glaub ich glaub ich jetzt oder irgendwie sowas eben irgendwie und dann wird erstmal schön gefeiert nein Spaß ja und ich hoffe halt mal dass ich da dann einen guten PC bekomme also den PC den ich mir rausgesucht hab natürlich weil mit dem PC also mit dem kann ich echt nicht mehr arbeiten ne ist jetzt ja ein Gigabyte Arbeitsspeicher das schafft bestimmt den besten Shader hm ähm ne weil also es geht jetzt erst noch rein vom Minecraft ihr seht's ja es lag ja übel ich hab keine Ahnung warum das liegt vor zwei Wochen war das noch nicht so ähm und erstens das und zweitens auch ähm wegen Videos rennen also wir können's ich kann jetzt mal ein Beispiel geben wo ich mich immer drüber aufreg ähm ich renne und dann für das Video bei mir dauert das gleiche Datei gleiche Größe dauert einfach mal bei mir 30 Minuten bei Philipp 8 Minuten oder sogar weniger und das ist einfach das Neffekt ich bin runter ich bin runter ja ich hatte die auch als Bäume die großen wieso ich bin von so einem großen Baum geschehen oh willkommen ja eine Wette machen und ich werde mit dir ich bin jetzt jede Folge mindestens zweimal ups raus dann ist sie ja oh die Folge ist auch schon wieder vorbei die Folge ist auch schon wieder vorbei wie lange ist sie schon ja okay gut dann ja dann was 14 Minuten 57 ja ähm und ich ja viel gut dann hoffe ich euch hat's gefällt und lasst ne Bewertung da und so ja und dann tschüss bis zum nächsten Mal oder schaut bei Philipp vorbei ja tschüss Leute ok warte lass mal noch rauszögern mit 16 Minuten sind jo